Was auch immer vom Himmel gefallen ist, ist direkt hier drüben gelandet. Um 0900 wurde das Sachsen-Ford-Hauptquartier in Katar angegriffen. Die einzige Spur, die wir haben, ist dieses Geräusch. MH3 Pilot, stellen Sie die Triebwerke ab und lassen Sie die Besatzung raus, oder wir eröffnen das Feuer. Oh, mein Gott. Dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020 B, ich wollte mit dir über diese College-Sache reden, okay? Ich nehme dich nicht mit. Sieh dir das mal an. Ich fühle mich schon viel schlauer. Kannst du es riechen? Ja, riecht nach 40.000 Dollar pro Jahr. Hey Baby, ich habe für dich eine Fernbeziehungsausrüstung. Du bekommst eine Webcam, dann können wir rund um die Uhr chatten. Klingt cool, ich kann es kaum erwarten. Ich hatte gerade im Seminar einen Nervenzusammenbruch. Ich sehe Symbole. Wir haben gekriegt, es nicht erzählt, Sam. Das ist nicht mein Krieg. Ich fürchte, er wird es bald werden. Was du jetzt gleich siehst, ist top secret. Erzählt sich meiner Mutter. Sehen die aus wie die Symbole, die du gesehen hast? Wo haben sie die her? Archäologen haben in alten Ruinen diese rätselhaften Markierungen gefunden. Überall auf der Welt. Die müssen ja was bedeuten, eine Botschaft oder eine Karte. Megatron will, was in meinem Kopf ist. Ich gehe nicht ohne dich. Help! Das Schicksal ruft uns nur selten in einem Augenblick unserer Wahl. Das Schicksal ist die scraz 這個. Mein Gott. Alles, was die Menschen über unseren Planeten wissen, wurde weitergegeben. Ihr habt uns belogen. Ihr habt einen schweren Fehler begangen. Jahre später werden sie uns fragen, wo warst du, als sie den Planeten eingenommen haben? Das wird schon. Ich verspreche es. Es ist vorbei. Es tut mir leid, es ist vorbei. Optimus! Wo ist sie? Ihr verliert vielleicht euren Glauben an uns, aber niemals an euch selbst. Ab jetzt ist es euer eigener Kampf. Nein! Nein! Hier rüber. Noch ein Stück. Dad, du kannst nicht ständig Geld für Schrott ausgeben. Ich kann ihn als Ersatzteillager nutzen. Dieser Schrott hier bringt dich durchs College. Irgendwas hier drin muss dieser Familie doch Geld bringen. So, du altes Wrack. Jetzt zeig mal, was in dir steckt. Was ist mit dir passiert? Hier, das ist kein normaler Stahl. Ich glaub, das ist nicht mal ein Truck. Ich glaube, das ist ein Transformer. Dad! Ich frage sie das nur einmal. Wo ist Optimus Prime? Ich würde mich mit einem Texaner lieber nicht anlegen. Eine neue Ära hat begonnen. Die Zeit der Transformers ist vorbei. Kapierst du's nicht? Wir brauchen euch nicht mehr. Dad! Sie hätten meine Familie in Ruhe lassen sollen. Oh mein Gott! Ich bilde sieows dir meine Familie nach der Familie. Ich importing das war. Untertitelung des ZDF, 2020